wir wollen vielleicht mal die aufnahme starten habe ich schon lange vielleicht antrage nochmal digga ich bin völlig verplant heute moin das gab ich bin euer netz ist gekommen zu einer neuen folie von die es gab es vor mit dabei ist der liebe system kraft was geht ab mein lieber so viel ciao heute werden wir ausbrechen ich sage euch heute werden wir ausbrechen ich gehe ja ich geh jetzt schon mal pennen und was wir machen werden ich habe euch ja letztes mal gesagt was wir sammeln müssen und das werden wir sammeln und den fortschritt zeige ich immer kurz wenn wir es finden und ja wir gehen sammeln wir gehen sammeln die jungs rennen zu ihren scheiß so was verkaufst du mein ball der verkauft einen crowbar corny hast du 70 coins ich habe einen crowbar ja ja natürlich kauf weil ich muss kraften jetzt nochmal ich brauche ein holz und ein klebeband abend ding gib mir gib 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 ab und halt da müssen wir hin ich muss kurz kraften für alle ich schüsse dem kraft ich habe nichts gemacht dann habe ich dann wahrscheinlich falsch gemacht weiß glaube ich was passiert ist wir haben unsere provisorischen leiter gefunden ich treib gerade geld auf ach so weiter second warum sind sie nicht so hart warum haben sie so viele sterne ähm alle mhm das war doch verriegelung der ist ähm draht ich habe draht und hübschen ah pauline oh hallo was ich dir ganz schön welt sagen möchte naja nevio ist ein komischer kauz das habe ich auch nur für die youtube klicks ich nenne das video einfach ich kläre mir die geile pauline ähm und krasse krasse nackige nein keine ahnung man und konnte peitsche und holz und kleurwand holy shit ich bin so ein keck ne du warst du bist schon ok ich? hm echt? ne safe net wait a minute who are you? ich idiot ich idiot wir haben alles verloren wir können nicht nach vorne anfangen jetzt wird ausgeputter auf ok wir dürfen uns das nicht zu oft sehen lassen äh ja du hast die ganze zeit gesehen unser safety level darf halt nicht so hoch sein komm hier rein ok warst du hier? also grad ist weg komm hier stell dich an die Tür da unten an die hier? mhm geh dann durch lass mich durch hallo so jetzt haben wir alles komm komm jetzt haben wir alles oh haben wir es geschafft also können wir nicht mehr gebastelt werden eigentlich ja ich habe auch keinen job mehr ich habe auch keinen job mehr jetzt ist alles aus ich habe keinen job mehr ich habe keinen job mehr so ok ja warte ich warte 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 zack und zack warte jetzt nehme ich spitzhacken und wir bauen hier vorne auf alles was im loch hat wird aufgebaut ja wie nice wie nice wie nice wie nice Terriiilennis ähm häh häh hat ich verkommen ich hab meine ich hab's gelesen hey warte mal bevor wir ihn kommen okay das war eine schöne zeit mit dir ne ja und bis auf weiteres abenteuer Jawoll! Ein weiterer und glorreicher Tag ohne Flüchtige! Neum. Holt irgendwas? Panzer? Ja, klar, kurz Panzer und Kapauke. Ähm. Easy. Oh, ich fisch nicht. Digga, ich fisch einfach nichts. Was? Die schlechteste. 10 Tage und 5 Stunden haben wir gebraucht, Alter. Erstellte Gegenstände 16, geleistete Gefallen 6, Chaos 4 und zerstörte Felder 5. Geleistete Gefallen, erstellte Gegenstände 1, Chaos 3, zerstörte Felder 5. Ey, ich muss sagen, es war eine gute Zeit, bitte. Das hat echt Spaß gemacht hier, oder? Willst du auch sagen, oder? Ja, drück auf fortfahren. Ja, drück auf fortfahren. Ich mache an der Stelle meine Up-Modi. Das war's vorerst mit DSC-S2. Es wird jetzt erstmal kein DSC-S2 kommen, ähm. Ey, wir können wieder was zocken, was Spaß macht. Ja, letztes Mal. Weil, ich werde jetzt erstmal Projekte allein machen, weil wenn ich Projekte so weit mache, bin ich immer abhängig von dem anderen. Und ich bin halt nicht gern abhängig von dem anderen, vor allem zur Zeit gerade nicht. Deswegen kommen jetzt erstmal Projekte allein, also erstmal Jurassic World Evolution und noch andere Galer Shit. Wenn ich die Folge gefallen habe, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und sonst wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Vor allem noch irgendwas zu sagen. Okay. Tschüss. Alles klar. Hallo rein. Euer Niddox. Ciao, ciao. Ciao, ciao.